Keine Panik, ich will nur Sex. Was ist denn das schon überhaupt für ein Titel? Ich habe keine Panik nur, weil du Sex willst. Ich dachte, du wärst glücklich. Mit uns. Ich finde, man kann sofort Liebe empfinden. Sofort. Das ist eine Aussage, wenn in einem Wohnzimmer so ein Teelichterherz steht auf dem Fußboden. Das ist halt einfach eine Aussage. Nimm dir Zeit. Fühl jeden Millimeter genau. Und das war gestern. Viel zu viel und viel zu schnell. Das ist Kunst. Ja, aber verstanden hat es mich halt überhaupt nicht. Du bist wunderschön, sagte er. Ich dringe jetzt in dich ein. Wahrscheinlich hatte Hitler das Gleiche gedacht, als er Polen überfiel. Also ganz ehrlich, sehe ich aus wie Hitler. Also wollte Hitler Polen Liebe geben? Nein! Es tut schon weh. Und daran muss man knabbern, wenn auf einmal sein Geben und sein Liebegeben auf einmal in so einem Schundding durch den Dreck gezogen wird. Das ist Literatur-Soap-Miss. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass das irgendwelche Menschen lesen und dann denken, was ein weicher Pudel, was ein Trottel, was ein Vollidiot. Lieben! Vielen Dank.